Zwar hat sich in Österreich in den letzten zehn Jahren die Zahl der Menschen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, stark erhöht von 146.000 auf 247.000. Das sind aber dennoch nur 6,3 Prozent aller Erwerbstätigen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Auch im internationalen Vergleich der Fahrradstädte schneidet Österreich relativ schlecht ab. In Kopenhagen etwa fahren 60 Prozent aller Menschen mit dem Fahrrad in die Arbeit. In Amsterdam 46, in Wien sind es nur 4 Prozent. Graz ist da in Österreich allerdings eine Ausnahme, es sind 28 Prozent, die in die Arbeit radeln. Grundsätzlich gibt es ein West-Ost-Gefälle beim Radfahren. Vorarlberger radeln im Schnitt pro Jahr 500 Kilometer. In Oberösterreich werden pro Jahr 230 Kilometer zurückgelegt. Damit liegt Oberösterreich im Österreich-Durchschnitt. Am wenigsten Rad gefahren wird in Wien mit 170 Kilometern pro Jahr.